Hallöchen Pupperschen! Bevor ich jetzt hier das Video beginne, ganz kurz zu euch. Das Video wird in Englisch erscheinen für den Katrin Lover. So, Jeffrey, as I told you, I love your kitchen, Katrin Lover, und ich habe etwas von K.S. Tools. K.S. Tools, ihre eigenen Tools, und ja, look at that! Ich habe es, weil ich so Envy von der Kiste oder der Kiste, oder der Kiste, oder der Kiste, oder der Kiste. Und, ja, das ist ein Knife mit dem Wrench. Das ist ein Falk mit dem Wrench. Das ist ein Spoon mit dem Wrench. Das ist von K.S. Tools. Oh, man, das ist insane, ist es? Aber es ist, ich liebe es. So, jetzt, look at that. Es ist ein bisschen wie K.S. Tools. Und man, oh man, oh man, I love it. Ja? Parts are rated. Innovation is our mission. Oh man, innovation is our mission and you, too. You can eat and you can do your job. All righty then. So, don't take care about the fingerprints. K.S. Tools. Oh man, that's it. Spork. A fork with Wrench. K.S. Tools. Innovation is our mission. Man, this is, it's a really amazing. I don't know what you think about this, but it is what I love. So, Jeff, if you don't know, if you want to have this, I give you now an offer. I sent you all this. And you trade it for a knife, a fork, and a spoon with the pigtail. You know what I mean. You know, I love this pigtail cutlery stuff. And I give you this one for you. And what do you think about it? I hope you say, but I hope to. You say, yes, I do. Oh yeah, Jeff. So now, wonderful kitchen cutlery said. And who we get his tools. All righty then. So, Jeff, please let me know. Bye-bye. Take care and see you next time. Bye-bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020